Oh, da hat jemand Glas. Was kann man denn noch so in einem Haus haben? Machen wir mal ein Schlafzimmer. Sollte man haben. Ja, sollte man. Eigentlich ja. Ah fuck, ich habe das Fenster falsch gesetzt. Fenster falsch rum gesetzt, oder was? Ha, 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 ne. Spasti. Spasti! Jetzt habe ich gerade kein Glas zur Hand. Das ist traurig. Ey. Ja. 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 So. Ja. Hi Marvin. Was? Hi! Hi Marvin! Hi! Wollen wir gleich in die Höhle gehen? Ja! Ja! Joho! Und ich geh zuerst rein, dann krieg ich alles. Dann schubse ich dich von der Kante und dann bist du tot. Stark. Du bist der... Der ist gut, ne? Idiotenschubser. Ah, ich wundere mich, warum ich gerade kein Glas mehr hinsetze. Und dann seh ich gerade, ich hab gar keins mehr. Ich hab keine Ahnung, wie ich wollte. Schmiedekunst! Oh, was geht denn bei dir? So, ich wär dann soweit. Du wärst dann soweit? Oh, dann, 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 dann. Denn warte mal. Rusten wir uns nochmal schnell aus. Ich hab dich gesehen. Du kommst hier in das rein. Oh! Hey! Fick er weg! Jetzt hab ich einen. Pass auf. Düm, 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 düm. Wow, wow, wow. Ey. Das war high noon. Jetzt nicht mehr. So, wo ist denn hier eine Höhle? Weißt du das? Äh. Keine Ahnung. Außer, außer meinem Haus. Ha! So, ach ja. Ich wollte ja hier Dingens. So, ich hab ein Schwert. Äh. Mach mal nochmal ne Spitzhocke. Eisenspitzhocke. Was noch? Was noch? Was noch? Äh. Äh. Sollen wir Fackeln machen? Ich hab noch 21 dabei. Wär ganz gut, ne? Ja, ich hab 20 mal gemacht. Ist ja auch ein Wald. Das find ich aber lecker. Ha! Okay, die Mucke geht voll auf den Sack. Erstmal ausmachen. Sicher. Hier ist ne Höhle. Vermute ich einfach mal. Er, dein Bett, das, 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 das. Du, dein Bett mitgenommen. Ich hab's dabei, ja. Sicherheitsseil. Gut, dann ich auch nicht. Hallo, Grieber. So, bin bereit. Wo bist du denn hingegangen? Höh, da ist ne Echse. Wo bist du? Bei Sven lang, oder wo? Äh, ja, bei Sven rechts an der Seite. Mal so, bei, aah. Zeig mir die Hexe. Oder ich bin hinter Sven so aus. Hier, hier hinten, hier hinten. Helf mir! Was ist die denn? Hier, da ist ne Dirty Witch, Alter. Gib dir das mal. Wo kommt die her? Die kam da aus der Höhle raus. Dirty Witch. Ihr habt noch keiner im Real Life ge- Äh, im Real Life. Au, zwei Creeper hinter dir. Hat sie gedroppt? Töte sie. Äh, das ist Zucker. Dirty Witch. Tö, tö, tö. Okay, wollen wir da runter? Und da kam die raus. Hier ist noch mal! Woh-oh! Und, ich bin grad weg. Ach, du stellst dir nicht. Ich will sie angeln. Du angelst hier ein. Ich hab so'n Dirty. Ach, der war tot! Wo seid ihr? Alle, das muss man selber machen, ne? Wo seid ihr? Achtung, Creeper, da unten! Wollt ihr jetzt schon in den Höhle? Oh mein Gott, der hat nen Kürbiskopf! Oh mein Gott! Schwuchtel. Bleibt ihr jetzt hier in der Höhle? Ne. Wir gehen jetzt hier rein. Ja. Ernst? Ja, ich brauche Eisen. Ein Skelett. Eisen. Ach, ach, Eisen. Ich habe nicht mal Fackeln. Ja, ich habe alles. Wow. Ja, du hast ja auch immer alles, weil du am Anfang dann gar nicht spielst. Ein Fledermäusen. Hallo. Was geht denn hier ab? Das Licht ist irgendwie dunkler gemacht worden. Zack. Kabut. Irgendwer hat gerade was hochjagen lassen. Ja, ich habe TNT dabei. Ja, das glaube ich dir nicht. Hier wird ein TNT gecraftet. Mit. Schwarzpulver und Sand. Und wie viel brauchst du von jedem? Ähm, na. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schwarzpulver. Hm, hätte ich jetzt auch gesagt. So ein Spastik. Ups, hallo ist mir. Ey. Wolltest du mir mal einen Eisen klauen, Junge? Ne, ich wollte dich eigentlich zubauen. Spastik. Dirty Bridge. Doris ist cool. Hier oben ist Eisen, der lässt es da. Ja, extra für dich. Natürlich. Ja, okay, dann baue ich es halt ab und dann flämst du wieder rum. Mööö, bau alles ab. Ich habe gerade so ein richtiges Wochenendfeeling, als ob morgen Wochenende einfach ist. Ist doch morgen. Ja, aber... Arbeitstätige Menschen müssen morgen leider noch mal arbeiten. Ja, und Leute, die zur Schule müssen, müssen morgen auch noch mal zur Schule gehen. Kleine Hure. Nutte. Arschgeweih. Marvin, du tust nicht zur Sache. Raus. Mama und Papa müssen mal kurz reden. Ich bin Papa. Und das glaube ich weniger. Ich bin älter als du. Ich bin sowieso da. Nee. Doch. Nee. Zack, zack. Oh, ich wollte Kohlabbauern. Oh. Ups, falsche Tasse zum Essen gedrückt. Ach. Hi, hi, hu, hi, 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 hi. Halt, habt ihr heute irgendwie Komplexe? Ich hab dich gefickt, du Lutte. Achso, okay. Was für Komplexe? Was hab denn hier für eine Hunde gefunden? Oh, danke. Kein Ding. Da brennt die Lunte. Ups. Wollte gar nicht springen, Marvin. Das war aus Versehen. Hi, Zombies. Hallo. Junge, schon gern. Voll riesiges Hühnendistrikt hier. Sven weiß, was morgen released wird. Daisy Standalone. Nein, Assassin's Creed. E. Summer Gym. Babas Barbie Sparget. Nein, Assassin's Creed eigentlich. Four. Kachst du's dir, Sven? Für Xbox. Ja, weil jeder von uns hat die Xbox. Ja, klar. Ja. Also, ich kauf's mir nicht. Ich kauf's mir, Spur. Und sie führt zu Samler. Ja. Ich kauf's mir, Spur. Oh, hier baut jemand. Ich wünsche das. Oh, oh. Ich weiß, wo du bist. Das ist... Alter, warum muss ich... Ah. Warum muss ich denn? Lol. Danke, Marvin. Kein Ding. Oh, sie haben Kürbis auf. Hier sind Spawner. Hier ist eindeutig irgendein Spawner. Ich seh noch keinen. Ich töte mal den Creeper. Mach das. Sauber. Oh, das ist noch einer. Dringe mal ganz tief hier in die Höhle ein. Aha. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn da los? Das ist geil aus. Hallo, du Fledermaus. Hier ist die Bärthöhle, glaube ich. Ah, ich glaube eher weniger. Wer weiß. Vielleicht ist hier aber auch ein Dungeon, das Philipp gerade gefunden hat. Hm. Ein paar Fackeln machen. Und ab ins Dungeon. Links oder rechts? Und wo treibt Marvin sein Unwesen? Der etwa auch schon im Dungeon? Nein, da kommt er. Heldenhaft. Stolzieren die beiden jetzt hier lang. Und Philipp ist fast rübergekommen. Marvin ist mal wieder am Essen. Tja, lol. Da ist Eisen, aber nicht Wasser. Boah, ey, hier ist Gold. Machen wir das mal zu. Kann das Wasser wegfließen? Und dann gibt's richtig dick aufs Maul. Dort ist noch mehr Eisen. So, oder bin ich wieder? Du bist weg? Ja, haben wir diese kleinen Belager natürlich. Diese Bengel heutzutage. Bengels mit Z, ne? Bengels. Fäden. Süßes oder saures. Nein, in Viertelstampfe! Wenn ihr euch nicht gleich verpisst, dann gibt's wirklich saures. Hab ich gesagt. Oh, du Bad Boy. Oh, 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 oh. Hab ich meinen Todstick rausgeholt? Doris, da ist noch mehr Gold. Was? Ah, wo? Hier? Da, da. Da oben. Da, nein. Hier, hier, Doris. Ja, da oben vielleicht auch. Wo seid ihr denn? Äh, beim Dungeon, hier unten. Stark. Ja. Wo ist das? Hier oben. Äh, oben. Was soll ich machen? Ein Zombe. Leitet mich doch mal hier klein. Keine Ahnung. Links fünf Blöcke, rechts. Das sind hier. Was? Ach, egal. Du findest ihn hier. Wattepads. Da ist noch mehr Gold. Oh, hier ist er. Richtig der Dungeon ist hier, oder was? Das ist immer richtig geil. Na, kommt mal alle her, ihr Kreaturen, der unter acht. Du Scheiße. Jetzt kommen sie aber wirklich alle. Yes. Yes. Boah. Yeah. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Tja. Deswegen legt man sich nun mal nicht mit Philipp an, ne? Ach, das ist Lapis. Ich dachte gerade, das ist ein Diamant. Na, das ist ja kacke. Natürlich nicht die erhoffte Beute, ne? Nicht das, was der Herr will. Hier ist Gold, das wollte ich jetzt auch nicht, ne? Okay, auch gar nicht abbauen. Mich interessiert nur das eine. Superschlau. Und mein Handy vibriert. Oh. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hast du das? Zwei Eisen. Es wird immer langsamer. Zwei Eisen. Wer wollte ich doch? Dicke Sails. Wow. Boom. Ja, nicht bei mir. Iron Pickaxe. Nee, nee, das war bei... Samler? Keine Ahnung. So, eine Stunde zehn. Muss ich ja gleich mal die Dings veröffentlichen. Nächste Folge. Wollen wir denn mal kurz Pause machen? Kurz. Kurz, so bis... Kurz, so 24 Stunden, ne? Alles klar. Ja, ja. Okay, dann lass uns das mal tätigen. Ja, schnell, bevor ja noch jemand stirbt. Ich sowieso nicht. Verpisst euch. Guckt unsere Videos weiterhin und wehe nicht und liked meine Rage Let's Plays und wehe nicht. Dann gibt es einfach auf... Abonnieren, favorisieren, teilen. Daumen hoch, kauft unsere T-Shirts und so. Ja. Ja, mit GS. Ich habe Clowny gefunden. Tschüss, ihr Lundsen. Ciao.